Die Amazon-Zusammenarbeit war toll. Sie war fantastisch. Nein, es war wirklich großartig. Wir haben sehr viel Vertrauen genossen. Ich habe sehr viel Vertrauen genossen von Amazon und ich freue mich und hoffentlich geht es weiter. Ich habe schon sehr lange eine große Begeisterung für Filme und Serien. Mir war immer klar, dass ich in dieser Branche, also in der Film- und Fernsehbranche, arbeiten möchte. Und ich finde es toll, was Amazon in dem Bereich für Projekte stemmt. Hier bei Amazon bin ich Lizenzrechteeinkäuferin für Prime Video. Mit welcher Serie bist du groß geworden? Also ich bin eigentlich relativ medienfrei groß geworden. Vielleicht liegt es gerade daran, dass ich jetzt in dieser Branche unterwegs bin. Meine Aufgaben bei Amazon sind, die Inhalte für Prime Video mit auszusuchen. Ich sehe mir sehr viele Serien an, lese Drehbücher, treffe mich mit Lizenzgebern und Produzenten. Und speziell für You Are Wanted war ich für den kommerziellen Teil zuständig. Mein Alltag ist in der Tat sehr viel Büroarbeit, sehr viele Meetings, Telefonate, Gespräche intern und mit Partnern extern. Wir sind aber auch sehr viel unterwegs auf Messen und ab und dann eben auch auf einer Premiere. Dieses Serienprojekt ist ein totales Pionierprojekt für Amazon gewesen. Es war sehr viel Arbeit über sehr lange Zeit. Wir haben sehr viel interne Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und jetzt heute hier zu stehen am roten Teppich ist ein wahnsinnig großartiger Moment. Und auf den habe ich sehr lange hingearbeitet. Dankeschön! Achtung, nochmal reingucken. We have fun! Abonnante! Abonnante! Glocken! Baby! Da was nicht selbstverständlich! Abonnante! foi auf die Serie. Abonnante! Da wir gar nicht in die Serie!